Hallo Leute, heute einen kurzen Fritzchen-Witz. Viel Spaß! Fritzchen soll im Kunstunterricht eine Kuh auf einem Rasen malen. Als er ein leeres Blatt abgibt, fragt die Lehrerin erstaunt, Was soll denn das? Wo ist die Kuh? Und wo das Gras? Darauf sagt Fritzchen, ach, die Kuh hat das Gras gefressen und ist dann weggelaufen. Wenn ihr noch gute Fritzchen-Witze kennt, könnt ihr mir diese gerne vorschlagen. Ich freue mich drauf. Dann danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!